Ihr Lieben, herzlich willkommen zum allerersten Bond-Ranking. Anstatt alle Filme zu nehmen, gibt es nur immer die Ära des jeweiligen Schauspielers. Ja, ist auch eine lustige kleine Hitparade. Also fangen wir an mit Sean Connery auf Platz 6. Ich habe den siebten Film nicht mit reingenommen, weil er für mich in dem Sinne nicht so als Bond-Film gilt. Also offiziell ist er, darf er sich ja sowieso nicht so richtig nennen. Aber das Ding ist ja, dass ja der Produzent und Mitautor ja nur so beleidigt war, was mit Thunderball passiert ist. Das ist ein Remake von Thunderball. Also warum sollen wir über einen Film zweimal sprechen? Und ich finde den Bond auch definitiv zu alt und er hat mir auch nie so richtig, richtig gefallen. Gut, auf Platz 6, Diamonds are Forever. Aber auch da fand ich, also will ja nicht, ich bin ja selber alt, aber für einen Bond zu alt, fand ich. Und die Klamotten waren schon nicht mehr gut und das Problem ist, war auch die Zeit. Und das ging dann in so eine Zeit, wo mir alles von dem Setting zur Ausstattung, von zu wie man was gefilmt hat, war einfach nicht geil. Das war einfach keine, die 70er waren keine schöne Zeit für sleeke Filme, die in die 60er gehörten. Also Diamonds are Forever ist nicht meins. Ich finde ihn immer noch nicht gut, wenn ich auch zum 30. Mal gucke. Auf Platz 5, You Only Live Twice, natürlich schön in Japan, da jetzt mal nochmal ein Fleckchen Erde abzuhaschen. Aber hintenrum, der Film ist auch zu lang und ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die ich auch gut kenne, die sagen, das ist mein Lieblings-Bond. Dann hat es aber auch was damit zu tun, wann man den gesehen hat, wie man den gesehen hat. Ich finde Bond als verkleideter Japaner absolut affig. Und da hatte ich schon das Gefühl, so langsam muss man sich mal was Neues einfallen lassen. Ja, Platz 4, Thunderball. Möglicherweise für jemanden ein bisschen weiter vorne, glaube ich aber auch nicht. Fängt fulminant an und es war auch der Peak der Bond-Mania. Das Problem war aber, ganz ehrlich zu sein, damals hatten die Leute nicht die Möglichkeit, die wir hatten und haben noch nicht ständig Tauchszenen gesehen. Das war was ganz Neues. Da tauchen Menschen, wir sehen Unterwasserwelten. Dann will man natürlich angeben und macht so eine Tauchkampfschlacht 45 Minuten lang. Das ist nach 10 Minuten schon langweilig. Warum? Also das ist irgendwie so, als wäre es für die Zeit aufregend gewesen, so viel unter Wasser zu sein. Heute ist es so. Ja, und der dauert, ich penne immer ein. Das dauert einfach zu lange. Deshalb, ja. Auf Platz 3, Dr. No. Ein super Einstand. Ich liebe diesen Film. Habe ihn wahrscheinlich am meisten von allen Bonds gesehen, glaube ich sogar. Aber man sieht dem Film hier und da die eine Million Budget an und man hat alles klein gehalten. Was auch geil ist, es wird ja ein kompakter Film. Aber es fehlen so gewisse Sachen, die wir lieben, wie eine Bond-Melodie, eine Titelmelodie, eine Pre-Title-Sequence. Und das, also es war quasi noch nicht so fertig. Die Schrauben waren noch nicht alle richtig angedreht. Ja, auf Platz 2, From Russia with Love. Liebesgrüsse aus Moskau. Also wirklich, also da hat man dann gesehen, eigentlich hat man die Angst vor dem Sophomore-Film, also vor dem zweiten Film, wie vor einer zweiten Platte. Da zeigt sich dann dem Publikum, kann das halten über mehrere Filme? Und der Film war so gut, dass man wusste, oh, James Bond is gonna go a long way. Ja. Das war mal Platz 2 und auf Platz 1, ihr wisst es dann schon, ist Goldfinger. Weil genau die Dinge, über die wir gesprochen haben, von Pre-Title-Sequence bis dies, bis das, ein vernünftiger Bond-Song, eine Bond-Girls, die, eine stirbt immer. Da sind so ein paar Sachen gesetzt für die Zukunft und der Film ist wirklich sehr, sehr gut. Wie jeder Film, wenn man ihn 60 Mal gesehen hat, wird auch dieser langweilig. Aber ich halte immer noch sehr viel von Goldfinger und wir sehen uns beim Ranking von Roger Moore, ihr Lieben. Wo Gott? Dann. Dann. Vielen Dank.